Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kraftmuskel. Mein Name ist Felica und ich begrüße euch hier auf dem 50 Jahre Ford Mustang Treffen in Köln, Putzweiler am alten Flughafen. Ja, wie der Name schon sagt, werden wir heute jede Menge Mustang sehen, jeder Generation. Lasst euch überraschen, schaut es euch an. Viel Spaß dabei! Das ist ja auch völlig okay. 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 Ja, das ist ja auch voll. Und das ist ja auch voll. Ja, das ist so. Ne, das ist besser. Das ist ja auch voll. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Das ist die Akteurein. Dayaat Dayaat Dayaat. Sonst sagt man das Leben, dass da so viele Bonnys, dass da hoch voll ist. Dramatis Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Und im Endeffekt wissen auch alle anderen schon, ich muss mit meinem Auto gar nicht mehr vorfahren. Es gibt nur drei Pokale und da gibt es... ...und im Endeffekt haben wir auch noch ein paar Punkte, die wir in der Nähe haben, die wir in der Nähe haben, die wir in der Nähe haben. So, das war's hier von 50 Jahre vor Ostermietern aus Köln. Ich verabschiede mich in diesem Sinne, kommentiert es wieder Video, liked es, zeigt es, zeigt es euren Freunden bei dieses Video und einmalig hier soll euer Willi-Görn Karsfestahl. Vielen Dank.